Ja? Lieutenant Trebbin, Spezialeinheit. Oh, ich weiß, wer Sie sind, Trebbin. Was, was wollen Sie hier? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommt Ihnen dieses Gesicht bekannt vor? Weiß nicht genau. Ich hab ein ziemlich mieses Gedächtnis. Ah, ja? Vielleicht wird das Ihr Gedächtnis ein bisschen auffrischen. Weiß nicht, immer noch ein bisschen vage. Wie sieht's damit aus? Ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich hab ihn ja öfter gesehen. Warum wollen Sie das wissen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hilft Ihnen das auf die Sprünge. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte. Ah, fällt's Ihnen immer noch nicht ein? Also gut, sein Name ist Nordberg, Herr Polizist. Das war kein Polizist, er hat mit H gedealt. Was? Ich sag Ihnen, das war ein Drecksack. Du stinkender Müllsack. Ich sollte dich sofort festnehmen. Ist ja gut, der Mann war bei der Latvikspedition. Er hat versucht, einem meiner Jungs was zu verkaufen. Was willst du jetzt unternehmen, Bulle? Warum soll ich dir das erzählen? Hilft dir das auf die Sprünge? Ich werd's dir trotzdem nicht sagen. Kannst du mir 20 pumpen? Na, wie sieht's jetzt aus? Gut, ich geh runter zum Latviks Büro. Ich werde herausfinden, ob du die Wahrheit gesagt hast.